Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 5 nach 5 eurem Nachrichten-Podcast von der Braunschweiger Zeitung für die ganze Region von Gifhorn bis Wolfenbüttel, von Peine bis Selbstedt und natürlich auch für Wolfsburg. Ich bin Lukas und heute bei mir eine ganz neue Stimme, haben wir noch nicht gehört. Vertretungsweise sitzt bei mir die wunderbare Stine. Hi Stine. Genau, hallo auch noch da draußen von mir. Wir beginnen direkt mal. Das sind die Themen von heute. Ja, der Sommer hat noch nicht mal so richtig angefangen und schon jetzt steigt die Sorge um Trockenheit. In Wolfenbüttel startet am Wochenende das große Summertime-Festival. Und es gibt Ärger mit parkenden Wohnmobilen. In Braunschweig nehmen sie zu viel Platz weg. Wir haben mal in unsere Kommentarspalten geschaut, wie es da so abgeht. So, wir beginnen aber direkt mal mit einem heißen Tipp fürs Wochenende. Freuen wir uns schon total drauf, denn schon morgen startet eins der interessantesten und wahrscheinlich auch eins der größten Musikfestivals in unserer Region. Nämlich das Summertime-Festival in Wolfenbüttel. Und es gibt sogar noch Tickets, glaube ich. Ich glaube, das wird wieder richtig gut. 15.30 Uhr geht's los im Seliger Park. Florian Arnold berichtet für uns. Florian, es sind ja auch dieses Mal wieder echte Top-Acts dabei. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat das Summertime so in unserer Festivallandschaft in der Region? Ja, ich würde sagen, es hat sich echt einen tollen Stellenwert erarbeitet. Es ist ja wirklich ganz basismäßig entstanden, einfach aus einer Initiative von Jugendlichen heraus. Und die haben einfach sich einen tollen Fokus gesetzt, nämlich junger deutscher Indie-Pop und holen da spannende Bands ran, die, glaube ich, auch über die Region hinaus bemerkt werden. Was würdest du sagen, was sind dieses Jahr so die drei Top-Acts, auf die man sich am meisten freuen kann? Ja, also das ist der, wie gesagt, Indie-Pop. Raz ist so eine spannende junge deutsche Band, die seit einigen Jahren mit so atmosphärischen Gitarren-Sounds tolle englischsprachige Songs macht. Dann gibt's eine Band namens Kites aus München, die ist auch wirklich frisch und jung. Mola ist eine Sängerin mit Band aus München, die spannende deutsche Sachen macht. Und Mia Morgan ist so ein wirklich interessanter junger deutscher Pop-Act. Ja, Mia Morgan hattest du sogar schon interviewt zuletztens. Es ging dabei auch um das Thema Rammstein, wo ja gerade alle drüber reden und diskutieren. Was können wir denn dazu über sie und von ihr lesen? Ja, Mia Morgan ist wirklich ein spannender junger deutscher Pop-Act, 28 Jahre jung, vor drei, vier, fünf Jahren auf einen Schlag total bekannt geworden mit dem Song Wave Boy. Sie macht Indie-Pop mit feministischen, bisschen provokanten Texten, sehr weibliche Sicht auf die Welt, das Ganze aber witzig und auch wirklich melodisch stark. Naja, und diese Vorwürfe gegen Till Linnemann, den Rammstein-Sänger, nehmen sie natürlich mit. Noch ist nichts bewiesen, aber bei aller Vorsicht, die geboten ist, kann man sagen, scheint da schon irgendwie so ein gewisses systematisches, systemisches Vorgehen gehabt zu haben, Umgang mit Fans. Und das findet Mia sehr empörend. Danke dir, Florian. Alle Infos zum Summertime und das Interview mit Mia morgen verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Ja, je nachdem, in welcher Wohngegend man sich so umschaut, sieht man seit ein paar Jahren immer mehr Wohnmobile auf Parkplätzen stehen. Das scheint eine trendige Art zu sein, immer noch Urlaub zu machen. Ein Relikt der Corona-Pandemie natürlich auch. Aber Wohnmobile sind halt schon ziemlich groß und lang und nehmen deshalb eine ganze Menge Platz weg. Ja, und genau das führt teilweise echt zu Ärger. Aktuell besonders stark in Braunschweig im östlichen Ringgebiet. Da stehen sie oft am Straßenrand anstatt auf den Stellplätzen. Es gibt also für die Autos jetzt noch weniger Parkplätze als sowieso schon. Ja, und auch euch scheint das Thema ziemlich zu beschäftigen. Wir hatten in den letzten Tagen ein paar Berichte über die Lage im östlichen Ringgebiet, wo der Parkraum ja sowieso echt maximal knapp ist. Auf der Facebook-Seite der Braunschweiger Zeitung und auch bei Instagram geht es da echt richtig ab. Zum Beispiel gibt es eine Menge Kommentare vor allem. Ja, zum Beispiel gibt es ja Pläne, das Parken von Wohnmobilen in der Herzogin-Elisabethstraße und auf der Ebertallee komplett zu verbieten. Da heißt es in den Kommentaren aber wieder, das würde ja das Problem nur verlagern in andere Straßen. Ja, dann haben wir ja auch einen interessanten Leserbrief von Jutta Nickel aus der Braunschweiger Weststadt bekommen. Sie sagt, ihr Wohnmobil steht schon seit Jahren an der Straße auf einem Parkplatz. Da stört sich bisher noch keiner dran, hat zumindest noch keiner gesagt. Sie sagt aber auch, viel schlimmer sind für sie Transporter und Lieferfahrzeuge, die eben auch Parkraum wegnehmen, wenn sie am Wochenende mal nicht gebraucht werden. Einen guten Kommentar habe ich aber noch von Instagram. Da schreibt nämlich jemand, mein Camper ist kaum einen Meter länger als ein Touareg oder ein anderer SUV. Und da ist halt auch wieder was dran. Es werden ja fast alle Autos gerade immer größer. Ja, da merkt man, es gibt nicht einen Schuldigen, auf den alle schießen können, sondern irgendwie hat natürlich jeder seinen Anteil daran. Und das macht das Problem wahrscheinlich auch ziemlich schwer lösbar. Vielschichtige Geschichte. Wir haben euch die ganze Diskussion nochmal zusammengefasst. Den Link mit allen Leserbriefen und Kommentaren findet ihr bei uns in den Shownotes. Also Lukas, jetzt mal ehrlich, es hätte nach dem Frühling, wo es so viel geregnet hat, glaube ich, keiner gedacht, dass wir so schnell schon wieder über Trockenheit sprechen müssen. Ja, ich auch nicht. Der Frühling war ja doch relativ feucht. Trotzdem gibt es jetzt schon wieder erste Nachrichten in Sachsen-Anhalt oder auch rund um Hannover. Wächst schon die Sorge. Schon jetzt ist es teilweise etwa verboten, Wasser aus Flüssen und Seen zu nehmen. Und im Altmark-Kreis Salzwedel ist es auch schon nicht mehr erlaubt, zwischen 12 und 18 Uhr Grünflächen zu bewässern. In Garbsen haben wir gehört, soll man auch am besten, wenn es geht, gerade keine Pools neu befüllen. Das klingt für mich schon wieder sehr nach Dürre. Die Frage ist jetzt, wie sieht es denn bei uns aus? Ja, da schauen wir natürlich immer vor allem auf den Harz und auf die Talsperren. Die sind ein ganz guter Indikator vor, für wie die so gefüllt sind. Da haben wir mal nachgeschaut. Da gibt es leichte Entwarnungen. Die Talsperren sind aktuell zu rund 76 Prozent gefüllt. Klingt erstmal ganz gut, würde ich sagen. Ja, auf den ersten Blick schon. Trotzdem steht aber die Grundwasserampel zumindest im Harz auf rot. Das zeigt aber vor allem erstmal, dass es aktuell einfach schon wieder viel weniger Regen gibt als üblich. Ja, insgesamt kann man glaube ich sagen, ist die Lage noch recht entspannt. So richtig brenzlig war sie ja aber auch noch nie, glaube ich. Es zeichnet sich eben nur ab, dass uns das Thema in den kommenden Jahren noch weiter begleiten dürfte und dass es sich eben auch zuspitzen dürfte. Das bedeutet, es muss was passieren und das bedeutet auch wiederum, dass zum Beispiel Wasser teurer werden könnte. Unser Kollege Harald Likus hat dazu einen spannenden Bericht geschrieben. Er hat nämlich bei Wasserversorgern in Braunschweig und Wolfsburg nachgefragt und auch mit Landwirten über das Thema gesprochen und wie ernst sie das Problem wirklich sehen. Zum Teil auch mit wirklich interessanten Erkenntnissen, zum Beispiel, dass der Pro-Kopf-Verbrauch zuletzt sogar gesunken ist. Die ganze Story lest ihr nochmal in unseren Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig. Die Stadt Wolfsburg möchte den Weg vom Bahnhof in die Innenstadt für Fußgänger und für Menschen mit Behinderungen verbessern. Dabei geht es besonders um den Anschluss vom Gleis 9 an die Innenstadt. Da soll eine behindertengerechte Rampe gebaut werden und auch eine Treppe, die den Weg quer vom Phäno zum Willy-Brandt-Platz möglich macht. Ja, außerdem sollen schicke Sträucher und Gräser gepflanzt werden, die den Weg einfach nochmal ein bisschen besser sichtbar machen und den Fußgänger führen sollen. Schöneres Umfeld soll es einfach geben. Die Arbeiten beginnen noch in dieser Woche und sollen dann etwa vier Wochen dauern. Eine 53-jährige Braunschweigerin wird seit dem 19. Mai vermisst. Sie hat in Cuxhaven mit ihrer Familie Urlaub gemacht und wurde dann das letzte Mal in einem Gasthaus auf der Insel Neuwerk gesehen. Das war irgendwann abends, nachdem schon der letzte Wattwagen in Richtung Festland unterwegs war. Sie soll dann gefragt worden sein, ob sie für die Nacht noch ein Zimmer brauche, hat das laut Polizei aber verneint. Ja, noch immer gibt es überhaupt keine Spur. Möglich ist wohl aber, dass die Frau im Watt irgendwie verunglückt ist. Die Angehörigen haben außerdem mitgeteilt, dass sie auf verschiedene Medikamente angewiesen ist. Wenn, dann braucht sie also ziemlich dringend Hilfe gerade. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Hinweise haben solltet zu der Vermissten, dann wisst ihr ja, wendet euch damit bitte an die Polizei. Eine Leserin von uns aus Wolfenbüttel hat vor kurzem einen ungewöhnlich großen Käfer bei sich auf der Terrasse entdeckt. Ein richtiges Riesenviech, gut drei Zentimeter lang und mit so einer schwarz-blauen Farbe. Damit sind wir jetzt offiziell beim unangenehmsten Thema heute. Es handelt sich, das ist nämlich das Ding an dieser ganzen Geschichte, um einen hochgiftigen Käfer. Der heißt Ölkäfer und trägt in sich das Gift Kantaridin. Das ist ein schlimmes Reiz- und Nervengift. Ein einziger Käfer kann tatsächlich genug Gift enthalten, um einen erwachsenen Menschen zu töten. Ich habe gerade sogar noch mal gegoogelt, früher wurde das Gift sogar in anderen Ländern zur Hinrichtung genutzt. Das ist wirklich krass. Ich wusste auch wirklich nicht, dass es solche Käfer bei uns gibt. Aber wir haben uns für euch natürlich mal schlau gemacht, wie gefährlich die sind und worauf man vor allem achten muss. Ja, das Gute ist erstmal, dass diese Käfer doch recht selten sind. Also es ist jetzt nicht so, dass uns eine Plage bevorsteht und die sich verbreiten wie sonst was. Die sind quasi heimisch bei uns, gar nicht so ungewöhnlich. Wie viele es jetzt im Kreis Wolfenbüttel gibt, wo sie zuletzt ein, zwei Mal gesehen wurden, ist aber noch unklar. Das kann man nicht zählen. So viele Meldungen gibt es gar nicht. Es ist aber schon so, dass teilweise Kindergärten zum Beispiel informiert wurden, also dass die Kinder sensibilisiert wurden, dass man die Tiere lieber in Ruhe lassen soll. Und das ist generell dann doch auch zum Glück die wichtigste Botschaft. Angucken, ja, also wenn ihr mal so ein Riesenviech irgendwo seht, ist das erstmal jetzt noch nicht schlimm. Einfach nicht anfassen und dann ist man auf der sicheren Seite. Den Link zum ausführlichen Bericht gibt es natürlich nochmal bei uns in den Shownotes. Und zu guter Letzt haben wir noch Neuigkeiten vom VfL Wolfsburg. Wolfsburg, neues Personal, nicht in der Mannschaft, das kommt später noch, sondern erstmal ganz oben an der Vereinsspitze. Ja, Gunnar Kilian aus dem Konzernvorstand der Volkswagen AG ist ab sofort neues Mitglied des Aufsichtsrates. Das hat der Verein heute mitgeteilt. Insgesamt besteht der Aufsichtsrat jetzt aus elf Leuten, darunter Frank Witter, Daniela Cavallo, Dennis Weimann und auch Bernd Osterloh. So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank dir, liebe Stine und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich nach wie vor, wenn ihr uns bewertet, uns shared, repostet, was auch immer. Ein paar Sterne da lasst, Kommentare da lasst. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung sagen. Meldet euch vielleicht auch mit einem Thema per E-Mail an 5nach5 at funkemedien.de oder auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Bis morgen. Tschüssi. Danke auch von mir. Schönen Feierabend euch. Tschüssi. 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 Vielen Dank.